Benjamin, Benjamin, komm aus deinem Käse raus. Benjamin, Benjamin, unsere schlaue Küchenmaus. Benjamin, bist du zu Haus, komm doch raus. Benjamin, Benjamin, komm und zeig uns dein Gesicht. Benjamin, Benjamin, komm und mach doch mit. Heute bei Hallo Benjamin, die tolle Knolle. Woher kommt eigentlich die Kartoffel? Wir spielen das Kartoffel-Quiz. Und Jonathan baut eine Kartoffel-Batterie. Das alles und noch viel mehr heute mit den Kindern Ben und Mia. Hallo. Hallo. So eine tolle Knolle, so heißt heute unsere Sendung. Denn bei uns dreht sich heute alles rund um die Kartoffel. Ja, und warum die so toll ist, das bespreche ich jetzt mit Ben und Mia. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Was wisst ihr denn alles über die Kartoffel? Also die Kartoffel kommt nicht aus Europa und die Süßkartoffel gilt eigentlich nicht als Kartoffel. Genau, die heißt zwar so, aber die ist eigentlich gar nicht mit der Kartoffel verwandt. Die haben wir sogar hier in unserer Deko, die Süßkartoffeln. Mia, fällt dir noch was ein? Ja, es gibt verschiedene Arten von Kartoffeln, z.B. die Annabelle, die haben auch ganz lustige Namen immer. Genau, verschiedene Sorten, wir können dir mal einen anschauen. Ich sehe die schon die ganze Zeit, die sieht nämlich aus wie ein Herzchen. Ja. Und welcher Teil der Pflanze ist es denn genau? Die Knolle. Die Knolle, genau, die ist unter der Erde. Das ist das, was wir als Kartoffel bezeichnen. Ja, und die kann man natürlich auch essen. Wie esst ihr die denn am liebsten? Als Pommes. Und ich mag sie gerne als Kartoffelgratter und der Kartoffelsalat von meiner Oma. Und Ofen-Kartoffeln schmeckt auch gut. Also ganz viele verschiedene Arten, wie man die Kartoffel zubereiten kann. Ja, ich sehe schon, die ist aus unserer Küche nicht mehr wegzudenken. Aber kommt die denn überhaupt aus Europa? Du hast es ja gerade schon angesprochen. Benjamin, du weißt doch sicher mehr dazu. Hallo Tina, hallo Kinder. Tatsächlich kommt die Kartoffelpflanze ursprünglich aus Südamerika. Die Menschen bauen sie dort schon seit über 7000 Jahren an. Erst im 16. Jahrhundert kam sie auf Schiffen zu uns. Damals hat man sie in Gärten angepflanzt, weil ihre Blüten so schön waren. Die Menschen in Europa wollten die Kartoffel zuerst gar nicht essen, weil sie als Giftpflanze galt. Ein damaliger König, Friedrich II. von Preußen, konnte seine Untertanen aber überzeugen, dass die Knolle gekocht ganz prima schmeckt und vor allem satt macht. Im Geschichtsunterricht haben wir diesen Friedrich deshalb später auch den Kartoffelkönig genannt. Spannend, Benjamin. Wir wollen jetzt aber auch mal unser Wissen testen. Besser gesagt, euer Wissen über die Kartoffel und haben hier ein kleines Kartoffelquiz vorbereitet. Wenn ihr die Antwort wisst, könnt ihr einfach auf den Buzzer drücken. Seid ihr bereit? Ja, dann legen wir los. Die erste Frage. Wie können Kartoffeln denn nicht gegessen werden? A, mit Käse überbacken. B, frittieren. A, da reicht schon was. C, roh. Warum? Weil da Gift drin ist. Genau, also besonders die Schale soll man ungekocht einfach nicht essen. Die ist giftig. Super. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Wie werden Kartoffeln denn auch genannt? A, Erdäpfel. B, Erdlinge. Oder C, Erdnüsse. A, Erdäpfel. Genau, die anderen sind natürlich Quatsch. Das ist vor allem in Süddeutschland oder in Österreich oder in der Schweiz werden die so genannt. Wie heißt denn eine beliebte Kartoffelsorte? A, Vanessa. B, Sieglinde. Oder C, der Kevin. B. B, Sieglinde. Hast du die schon mal gegessen? Weiß nicht. Weißt du nicht? Wahrscheinlich schon. Die ist nämlich echt sehr beliebt. Die nimmt man vor allem für den Kartoffelsalat her. Da eignet die sich besonders gut. Das ist auch eine der ältesten aus Deutschland. Wie viele unterschiedliche Kartoffelsorten gibt es denn? Was glaubt ihr? A, ungefähr 40. B, ungefähr 400. Oder C, ungefähr 4000. Vielleicht B, ungefähr 400. Ja, das ist schon viel, aber es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt ungefähr 4000. Aber in Deutschland sind nur 200 verschiedene Sorten zum Anbau zugelassen überhaupt. Insofern war 400 vielleicht gar nicht falsch, weil das ahnt man ja nicht. Aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viele. In welchem Land werden denn die meisten Kartoffeln angebaut? A, in China, B, in Argentinien oder C, in Deutschland? C, C, in Deutschland. Wir lösen mal auf. Nein, das ist falsch. In China denkt man gar nicht, gell? Weil man denkt, die Kartoffel ist sowas typisch deutsches. Aber in China werden 90 Millionen Tonnen pro Jahr geerntet. Das ist ganz schön viel. In Deutschland gibt es jedes Jahr ungefähr 60 Kilogramm Kartoffeln. Wow, so viele Kartoffeln. Die müssen natürlich auch irgendwo herkommen. Deswegen haben wir mal einen Kartoffelbauern besucht und uns angeschaut, wie die Kartoffeln wachsen und wie die dann geerntet werden. Kartoffeln sind extrem vielseitige Knollen. Ich mag sie als Pommes, Bratkartoffeln, Chips oder Kartoffelbrei. Angebaut werden Kartoffeln zum Beispiel auf dem Bio-Bauernhof der Familie Bodemer. Aber wie funktioniert das eigentlich? Alles fängt mit den Kartoffeln des letzten Jahres an. Die werden kontrolliert und die schlechten aussortiert. Gleichzeitig werden die zu langen Triebe, die über den Winter gewachsen sind, entfernt und die Kartoffeln landen in Kisten. In diesen Kisten werden die Setzkartoffeln dann im April auf das Feld transportiert und in einen Traktor mit einem besonderen Anhänger geladen. Der bringt die Kartoffeln in die Erde. Dazu gräbt ein kleiner Pflug eine Rinne in den Acker. In diese werden dann genau im richtigen Abstand die Kartoffeln gelegt. Dabei muss man vorsichtig sein, die kleinen Triebe nicht abzubrechen, denn aus ihnen entsteht später die Kartoffelpflanze. Weil das alles sehr schnell geht, haben wir das hier einmal nachgestellt. So fährt Landwirt Bodemer nun Reihe für Reihe über sein Feld und verteilt die Knollen einige Zentimeter tief in der Erde. Dann heißt es warten. Langsam treiben die Setzkartoffeln weiter aus und bilden kleine Pflanzen an der Oberfläche. Im Juni sind die Pflanzen dann schon ziemlich stattlich und wenn man eine von ihnen vorsichtig aus der Erde zieht, sieht man, dass sich im Wurzelgeflecht viele kleine Kartoffeln gebildet haben. Die Mutterknolle, von der alles ausging, ist noch gut zu erkennen. Zwischen den Kartoffelpflanzen sind aber auch andere Pflanzen gewachsen. Damit die den Kartoffeln nicht schaden, kommt wieder eine spezielle Maschine zum Einsatz. Mit ihren drehenden Rädern beseitigt der Landwirt die Unkräuter zwischen den Reihen und häuft die Erde um die Kartoffelpflanzen so auf, dass die neuen Knollen nicht an die Oberfläche kommen. Ein Monat später sind viele der Knollen bereits so groß geworden, dass sie geerntet werden können. Zu diesem Zeitpunkt ist die Schale der Kartoffeln noch nicht fertig ausgebildet und sehr dünn und weich. Man nennt diese Kartoffeln Frühkartoffeln. Weil schwere Maschinen die dünne Schale beschädigen würden, erfordert diese frühe Ernte viel Handarbeit. Mit einem speziellen Traktoranhänger werden die Kartoffeln aus der Erde befördert. Die Mutterknolle ist mittlerweile ganz verschrumpelt. Sie wird nicht mehr benötigt. Die neuen Kartoffeln werden eingesammelt und wieder in Kisten sortiert. Von hier landen sie nun direkt im Laden und innerhalb weniger Tage schließlich auf deinem Teller. Ganz schön raffiniert. Spannend, so werden also Kartoffeln geerntet. Ja, und ich habe euch auch was mitgebracht zum Thema Kartoffeln, nämlich unseren heutigen Buchtipp. Das Buch hier, das heißt Rogets Pommesbude. Und Roger ist nicht etwa ein Mensch, sondern ein Dackel, ein ganz außergewöhnlicher Dackel, auf der Suche nach dem großen Glück und auch nach einer großen Geschäftsidee. Und da fällt ihm ein, dass er eine Pommesbude eröffnen könnte. Schaut mal, da habe ich euch ein Bild mitgebracht. Hier ist Roger in seiner Pommesbude und verkauft Pommes und die Leute finden das total super und essen die alle. Aber das war noch nicht die letzte Idee, die er hatte. Die Geschichte nimmt noch ein paar Wendungen und geht gut aus. Ja, jetzt wollen wir aber mal einen Blick in die Küche werfen, was es da alles gibt, was man aus Kartoffeln machen kann. Hallo, ich bin Rumi. Wir machen heute gemeinsam Kartoffelspiralen und was er das dazu braucht, das zeige ich euch jetzt. Wir brauchen als allererstes Kartoffeln und wenn ihr Bio-Kartoffeln verwendet, dann könnt ihr auch die Schale mitessen. Und zum Bestreichen von den Kartoffeln habe ich einfach jetzt ein Öl, Kräuter, Salz, Pfeffer gemischt. Also ihr benutzt einfach Öl, Kräuter eurer Wahl und Salz, Pfeffer. Und damit bestreichen wir am Ende die Kartoffeln. Falls ihr zu Hause einen Apfelscheele habt, könnt ihr gerne den benutzen und wenn nicht, benutzt einfach ein ganz normales Messer. Aber in dem Fall benutzen wir hier einfach einen Apfelscheele, dann geht es auch sehr schnell. Und wie ihr seht, kommt es dann schon direkt als Spirale raus. Ist mega easy und geht auch schnell. Jetzt benutzt ihr einfach euer Öl, Kräuter, Salz, Pfeffer gemischt und bestreicht einfach damit die Kartoffeln. Und nachdem ihr das gemacht habt, legt ihr einfach eure fertig bestrichene Kartoffeln einfach auf ein Backblech. Und wenn ihr dann ein ganzes Fleisch voller Kartoffelspiralen habt, könnt ihr das im Backofen bei Umluft für 200 Grad in den Backofen tun. Und wenn die danach im Backofen fertig sind, könnt ihr zum Beispiel hier noch einen Frischkäse-Schnittlauchdip machen oder andere Dips, die ihr gerne haben möchtet. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Nachmachen und das Rezept findet ihr auf hallo-benarmin.de und dann sage ich Tschüss. Tschüss. Ganz schön kreativ. Mit diesen Kartoffeln kann man aber auch kreative Sachen basteln. Schaut mal, wir haben hier schon ein paar Sachen aufgehängt. Was das genau ist und wie das funktioniert, das erklären uns jetzt Mia und Ben. Was basteln wir denn heute? Also Kartoffeldruck und das sieht dann nachher so aus. Und das geht so. Man nimmt eine Kartoffel, schneidet die in der Hälfte durch. Und dann kann man einfach so ein Weihnachtsförmle nehmen und ein bisschen reindrücken. Und dann schneidet man es so außenrum. Man kann auch eine alte Kartoffel nehmen, die zum Beispiel Augen hat oder faulig ist. Dann verschwendet man keine gute Kartoffel, die man noch essen könnte. Genau, super. Der Ben schneidet noch. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, diese Förmchen auszuschneiden. Ja. Du machst auch noch einen Igel. Und Ben, hast du denn schon fertig? Nee, dauert noch ein bisschen, oder? Mhm. Das könnt ihr auch zeigen, wie man sonst weitermacht. Ihr habt ja auch schon ein paar vorbereitet. Was machen wir denn mit den ausgeschnittenen Kartoffeln? Also man kann auf Taschen drucken oder auf Papier. Dann kann man es als Geschenkpapier nehmen. Man könnte auch Karten machen. Genau. Wir machen es jetzt auf Beutel. Da liegt schon Papier drin. Genau. Weil sonst druckt es durch. Man kann auch T-Shirts machen. Aber man sollte etwas reinlegen. Wir haben jetzt hier auch Papier drinne, dass es nicht durchdruckt. Ähm, ich male jetzt mal diesen Igel an. Okay. Ich nehme dafür einfach mal rot. Gut. Man sollte nicht zu viel nehmen. Sonst rutscht es weg, wenn man es drauf macht. Dann pinselt man es einfach drauf. Genau. Und jetzt wird gestempelt. Drückt man einmal drauf, dass es auch wirklich drauf ist. Nicht zu fest, dass es nicht wegrutscht. Genau. Dann kann man da jetzt mehrmals stempeln, dann muss man immer wieder Farbe drauf machen. Ähm, kommt drauf an, wie viel Farbe es drauf gemacht hat. Und ich glaube, ich muss jetzt noch mal ein bisschen Farbe drauf machen. So, jetzt habe ich das fertig. Und dann mache ich jetzt auch Farbe drauf. Wenn ihr mit so einem scharfen Messer arbeitet, dann könnt ihr euch auch von euren Eltern helfen lassen. Das ist nämlich nicht immer so einfach und manchmal auch ein bisschen gefährlich. Genau. Man kann natürlich auch verschiedene Motive kombinieren. Also nicht nur den Igel, sondern ihr habt ja verschiedene Tolle. Ja, ich sehe schon. Das wird ganz toll. Die sehen echt super aus. Macht auch sehr viel Spaß. Ja, cool. Dann würde ich sagen, ihr stempelt noch ein bisschen weiter. Und für euch zu Hause gibt es in der Zwischenzeit den Bibelclip. Abraham geht es heute sehr gut. Aber das war nicht immer so. Früher zog er mit seiner Frau Sarah und dem Vieh von einem Ort zum anderen. Sie fanden nur Wüsten, in denen man nicht leben kann. Damals betete Abraham jede Nacht zu Gott und bat ihn um ein Zuhause. Irgendwann erreichten Abraham und Sarah ein fruchtbares Tal. Sie waren sich sicher, dass Gott sie dorthin gelenkt hatte. Seitdem sind sie hier geblieben. Eines Tages stehen plötzlich drei fremde Männer vor Abraham. Sie bitten ihn um etwas Wasser. Abraham weiß, wie schön es ist, willkommen zu sein. Bitte, seid meine Gäste, sagt er. Irgendwie fühlt er, dass von den drei Männern etwas Besonderes ausgeht. Er möchte, dass sie sich rundum wohlfühlen. Sarah bereitet das Essen zu. Dann wäscht sie die Füße der drei Männer. Es war damals so üblich, das für seine Gäste zu tun. Abraham bereitet derweil ein bequemes Nachtlager vor. Als sie alle am Tisch sitzen, danken sie Gott für die Tischgemeinschaft. Manchmal hat Abraham das Gefühl, dass die drei Männer nur eine Person seien. Am nächsten Morgen, nachdem sie die Männer verabschiedet haben, sagt Abraham zu seiner Frau. Ich glaube, wir hatten Gott zu Gast. Viele Menschen auf der Welt müssen hungern, weil in ihren Ländern Krieg herrscht oder weil ihre Ernte zerstört wurde. Auch in Europa mussten die Menschen hungern, als sich im 19. Jahrhundert in Irland die Kartoffelfäule über die Knollen hermachte. Dass wir so viele leckere Gerichte aus Kartoffeln essen können, ist also keine Selbstverständlichkeit. Ich bin deshalb immer ganz dankbar, wenn es zu Hause den leckeren Kartoffelsalat gibt. Stimmt, Benjamin. Wir sollten wirklich dankbar sein, dass wir so eine tolle Knolle haben. Sie ist gesund, macht satt und man kann auch noch mit ihr basteln. Und Jonathan, sag mal, was kann man denn noch mit ihr machen? Für unser heutiges Experiment braucht ihr die dicksten Kartoffeln, die ihr finden könnt. Denn die Kartoffel ist nicht nur ein sehr leckeres Lebensmittel. In ihr steckt noch viel, viel mehr. Man kann aus ihr Strom gewinnen. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dafür solche Krokodilsklemmen hier, verzinkte Nägel und Centmünzen und natürlich so eine Leucht-Iode hier vorne. Als allererstes müssen wir mal hier die Kartoffel einschneiden und an das eine Ende dann die Centmünze eindrücken. Das geht ein bisschen schwierig. Und auf die andere Seite kommt der Nagel. Das machen wir mit den drei Kartoffeln. Ich habe das hier schon vorbereitet. Und als nächstes verbinden wir einfach die einzelnen Teile und bauen einen kleinen Stromkreis. Das funktioniert so. Einmal hier beim Nagel anklemmen und das andere dann hier an der Münze befestigen. Das müssen wir jetzt zweimal machen und dann ist unser Stromkreis auch schon fertig. Das Besondere ist, dass sowohl im Nagel als auch in der Münze hier Metalle drin stecken und diese Metalle gleich mit dem Saft in der Kartoffel reagieren und dann die Leuchtdiode zum Flackern und zum Leuchten bringen. Hier ist noch eine Sache ganz wichtig. Wenn ihr ganz genau hinschaut, seht ihr, die eine Seite vom Draht hier ist ein bisschen kürzer und die müssen wir mit der Kartoffel verbinden, wo der Nagel drin steckt. Und die andere Seite ist dann hier von der Münze. Und jetzt kommt der spannende Moment. Es leuchtet. Aus der Kartoffel fließt direkt Strom hier an die Lampe. Aber wie funktioniert das? Eigentlich ganz einfach. Der Saft der Kartoffel löst kleine Teile aus den Metallen aus. Die vermischen sich und dadurch entsteht der Strom. Es entstehen Elektroden. Das kennt ihr von einer ganz gewöhnlichen Batterie mit einem Plus- und einem Minuspol. Und der Strom wird eben hier über die Kabel direkt zur Lampe geleitet und die Lampe beginnt zu leuchten. Ein ganz spannendes Experiment. Ich wünsche euch viel Spaß zu Hause beim Nachmachen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Wow. Einfach stark diese Knolle. Ich hoffe ihr zu Hause habt genauso viel gelernt wie wir hier über die Kartoffel. Wenn ihr zum Beispiel diesen Kartoffeldruck, den wir heute gemacht haben, nochmal nachschauen wollt, dann klickt euch einfach rein bei HalloBenjamin.de. Und auch im Benjamin-Magazin gibt es jede Menge tolle Basteltipps und Rezepte zum Nachlesen. Für euch zu Hause kommt jetzt noch die Preisfrage von Benjamin, also gut auffassen. Und für uns war es das schon. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Meine Preisfrage lautet heute, woher kommt die Kartoffel ursprünglich? Schreibt mir schnell, damit ihr tolle DVDs und Bücher gewinnen könnt. Und vergesst nicht eure Adresse mitzuschicken. Also, bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF sogenannt.